Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 550 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017